Hey Freunde, willkommen in Bison's Garten. Das hier ist mein Ort, wo ich meine Fakten-Videos für euch machen werde. Auf Twitter gab es die Frage, ob ich nicht mal irgendwie ein paar Fakten über mich erzählen wollen würde. Ein paar Facts. Unter anderem irgendwie so über... Naja, lasst euch überraschen. Also hier kommen meine Facts. Facts. Fakt Nummer 1. Ich hatte mal einen Hund. Fakt Nummer 2. Meine Schuhgröße ist 43,5. Fakt Nummer 3. Mein letztes Auto war silbern. Fakt Nummer 4. Vom Sternzeichen aus bin ich Fische. Das heißt, ich bin sehr gelassen und aufmerksam. Fakt Nummer 5. Als ich in der Grundschule war, hatte ich ein Detektivbüro mit zwei Freunden. Shoutout an der Stelle an Kolja und Arme. Fakt Nummer 6. Ich bin leider laktoseintolerant. Fakt Nummer 7. Ich mag am liebsten Schafes. Fakt Nummer 8. Ich bin konfirmiert. Fakt Nummer 9. Fakt Nummer 9. Im Farbkasten ist Gold meine Lieblingsfarbe. Und danach... Fakt Nummer 10. Fakt Nummer 10. Mein Lieblings-James-Bond ist Roger Moore. Und ja, jetzt heißt es gleich wieder, dass... Fakt Nummer 11. Ich. Fakt Nummer 12. Das, was ich an den 90er Jahren am meisten vermisse. Fakt Nummer 13. Von Quentin Tarantino habe ich jeden Film gesehen. Fakt Nummer 14 ist... Ich habe insgesamt in fünf verschiedenen Wohnungen gelebt. Auch deshalb finde ich Hochhäuser. Fakt Nummer 16. In Pokémon ist mein Lieblings-Pokémon. Wulpix. Auch besonders Rockos. Fakt Nummer 18. Erster Videogame. Fakt. Mein erstes Videogame war auf dem Amiga. So ein Zirkusspiel namens Fiendish Freddy. Da ging es um Horror-Clown. Fakt Nummer 19. Mein erstes RTS. The Walker 1. Fakt Nummer 20. Ich war schon der USA. Fakt... Oh, fuck. Was? 21. Ich habe die letzten drei Harry-Potter-Bücher zweimal gelesen. Und deswegen habe ich keine Katze. Fakt Nummer 23. Ich habe einen Motorradführerschein. Fakt Nummer 26. Ich mag verschiedene Curries. Da kommt nochmal der Kat hin. Ja, das ist wichtig. Fakt. Achso, mein Traum ist die Zeit. Okay. Fakt Nummer 27. Mein Traum ist, die Zeit stoppen zu können. Die Zeit stoppen zu können. Ich bin mittlerweile nicht mehr so traurig, dass das nicht geht. Fakt Nummer 28. Ich spiele nicht so oft Brettspiele wie ich. Fakt Nummer 29. In der Mittelstufe bin ich mal 6. oder 7. bei einem Schachtturnier geworden. Ich weiß nicht mehr genau, ob 6. oder 7. Ich glaube 7. Wenn ich ehrlich bin. Fakt Nummer 30 ist... Fakt Nummer 27 ist nicht komplett weit. Fakt Nummer 31. Ich mag die rote Rüstung in Ocarina of Time in Zelda am liebsten. Und der letzte Fakt für heute. Ich kann in Zukunft gern noch ein paar Fakt-Videos für euch machen, wenn ihr das irgendwie jetzt spannend fandet. Ansonsten wisst ihr jetzt mehr über Bison als vorher. Und ich sage irgendwie... Und ich sage irgendwie... Und ich sage下, Rüstung in Erin. Vielen Dank.